Normalerweise heißt es Schiff Ahoi und üblicherweise ertönen alle Alarmglocken, steuert ein Kfz Richtung Gewässer. Insofern scheint nichts normal, wenn Jutta Michels am Steuer ihres Spezialfahrzeuges unterwegs ist, denn dann heißt es Auto Ahoi und Wasserfahrten sind ein Traum. Die zweifache Handwerksmeisterin ist Fachfrau, geht es um Fahrzeuge und ihre Gestaltung. Zunächst hat sie die Meisterprüfung im Karosserie- und Fahrzeugbauerhandwerk abgelegt, anschließend die als Fahrzeuglackierermeisterin, als Jahrgangsbeste. Seit 2011 leitet Jutta Michels das gleichnamige Kfz-Unternehmen in Koch im Brauheck. Hier werden Oldtimer aufgearbeitet, Unfallwagen instand gesetzt, große und kleine Beulen verarztet, aber auch Fahrzeuge frisch vom Band direkt ab Werk auf Kundenwunsch individuell gestaltet. So die LKWs einer großen Bäckerei aus der Nachbarschaft. Das Spektrum ist breit und die Auftragslage gut. Unser Betrieb hier existiert seit 1920, ist mittlerweile in der vierten Generation. Wir haben das Berufsbild ein bisschen gewandelt, früher mit Kutschen- und Wagenbau, also Stellmacherei, klassisches Stellmacherhandwerk angefangen. Mittlerweile haben wir nicht nur die Karosserie-Instandsetzung, Lackiererei, sondern machen auch noch viel Fahrzeugbau. Neuaufbauten in aller Form und Reparaturen, alles was mit Fahrzeugen jeglicher Form zu tun hat. Für uns ist der Meisterbrief schon noch von Bedeutung, gerade auch für unser Handwerk, wenn wir ja doch am Prestigeobjekt des deutschen Bürgers arbeiten. Da wird schon darauf geachtet, dass die Arbeit sauber und in Ordnung ist. Da legt man noch viel Wert auf den Meistertitel. Für ihre Meisterprüfung nahm sich die Handwerkerin einen besonderen Härtefall vor und meldete als Meisterstück ein Amphibienfahrzeug Baujahr 1967 an. Das allerdings sah gar nicht gut aus und der Prüfungsausschuss schaute sich ungläubig das fossile Schwimmvehikel mit vier Rädern und zwei Schiffspropellern im Ausgangszustand an. Dass Jutta diesem Untersatz das Fahren, ja sogar das Schwimmen beibringen sollte, konnte sich niemand recht vorstellen. Umfangreiche und fachlich sehr anspruchsvolle Restaurierungs- und Lackierarbeiten kamen auf Jutta Michels zu. Wenn man sich den Markt von Amphibienfahrzeugen anschaut, da sind doch ziemliche Preisschwankungen zu erkennen. Mein Grundbudget für das Prüfungsstück lag jetzt relativ, sag ich mal, im unteren Segment. Von daher war das Auto auch in einem entsprechenden Zustand. Von der Karosserie her war da im Prinzip recht wenig noch original oder übrig geblieben. Da sind doch erst mal etliche Stunden an Schweißarbeit und Blecharbeiten eingeflossen, bevor man überhaupt über eine Lackierung nachdenken konnte. Das war jetzt für die Prüfung halt ein bisschen Stress gewesen, weil die Vorarbeiten doch sehr viel Zeit in Anspruch genommen haben, bevor man eigentlich zur Prüfungsvorbereitung dann erst kam. Doch der Fall glückte. Das Meisterstück erhielt eine hohe Benotung und heute ist Jutta Michels stolze Besitzerin eines Meisterbriefes, wie auch eines seltenen Fahrzeugs, das sich in erstklassigem Zustand präsentiert. Davon dieses Schmuckstück in einer vollklimatisierten Halle wegzuschließen, um es so vor Umwelteinflüssen zu schonen, hält die Besitzerin nichts, denn so ein Wagen ist zum Fahren da und zum Schwimmen. Und so unternimmt Jutta Michels im wahrsten Sinne des Wortes Spritztouren, wenn sich die Wellen an ihrem Amphika brechen und sich der kleine türkisfarbene Flitzer von der Straße hinein ins Wasser bewegt. Dann werden die beiden Antriebspropeller am Heck dazu geschaltet und es geht in flottem Tempo über die Mosel. Gelenkt wird weiterhin mit den Vorderrädern, die umströmt den Wagen auch im Wasser auf Kurs halten. Gelenkt wird weiterhin mit den Vorderrädern, die umströmt den Wagen auch im Wasser auf Kurs halten. Zurück an Land sorgen dann wieder die Räder für Vortrieb. Und weil Captain Juttas Wagen nicht nur im Straßenverkehr zugelassen ist, sondern auch als Wasserfahrzeug, gibt es relevante Extras wie die Positionsleuchten auf der Motorhaube, unter der hier allerdings das Gepäckabteil zu Hause ist. Denn die Antriebseinheit liegt hinten. Auch die Türen haben eine zusätzliche Verriegelung, die vor Wassereinbrüchen schützen. Musik Technisch ist das Fahrzeug sicherlich außergewöhnlich und macht inzwischen auch optisch wieder etwas her. Die Erfindung aus den 1960er Jahren wirkt heute futuristisch und an sich wenig praktisch, denn eine wirkliche Notwendigkeit die Straße übers Wasser zu verlegen, ergibt sich streng genommen nur selten. Aber die schönen Dinge im Leben müssen ja nicht immer praktisch sein und geht es ums Genießen, ist das Amphika von Jutta Michels sicherlich erste Wahl. Das Amphika von Jutta Michels